Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Together mit diesem kleinen Spacko. Ja, man merkt schon, wir haben hier ein bisschen umgebaut. Und zwar haben wir jetzt die ganzen Kisten, die hier drin waren. Wartet, das zeige ich euch mal kurz. Also hier unten die ganzen Sachen haben wir da rausgeholt und... Meinst du nicht, ich hole es kurz. Ja, seine Sachen war auch nicht, aber meine schon mal rausgeholt und dann hier in eine Kiste getan. Wo ist sie nochmal? Hier. War ich der Meinung. Ah, ne. Da ist die Kiste. Okay. Ähm, ja, das haben wir einfach mal aus dem Grund getan, weil wir es euch nicht antun wollten, uns dabei zuzusehen, wie wir halt viel dauernd, ja, dauernd irgendwas machen, wo ihr nicht zusehen wollt, ne? War doch so. Ja. Ja, du hast mir eben gar nicht zugehört, ne? Doch. Was hab ich denn gesagt? Moment, ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße. Ja, der weiß doch eh nicht, was ich gesagt hab. Oh. Und wenn doch? Nametag. Mal ein Schäfchen benennen, okay? Okay, ich weiß nicht, wie es geht, da brauchst du einen Amboss. Mist. Ja. Haben wir ein Thema, worüber wir reden wollen? Also mir fällt gerade spontan nichts ein. Da hab ich schon alles verblabbert. Du hast doch über gar nichts geredet. Ich weiß. Also, los, mach ein Thema. Ja, mein Geh-Huste. Mann. Keine Ahnung, mir fällt gerade das Spiel total echt nichts ein. Ne. Mach ein Thema, sonst kicke ich dich aus dem Let's Play-Projekt. Ich weiß jetzt, was ich nochmal machen wollte. Dann brauchen wir eine Eisen-Axt. Ähm, nein. Das reicht nicht Stein. Eisen. Stein. Eisen. Stein. Zu spät. Nein. Warte, hörst du mich, wenn ich mich mute hier warte? Drei, zwei, eins. Nein, ich hör dich nicht. Hast du mich gehört? Nein. Okay. Warum? Ey, falls du es probierst. Warum? Die ganze Fläche abholzen. Ich hab mir, äh, trotz sein Anweisung, dass meine Eisen-Axt gemacht. Also, ich hätte mir noch eigentlich eine Dia-Axt machen können, aber ich hab's nochmal gelassen. Aber ein, äh, Dia-Schwert schon mal, ne? Für später. Hallo? Bin wir da? Ja, hast du schon eins gemacht? Also, n... Nee, noch nicht. Ich kann mich so aufregen, ich find mein Ding nicht mehr. Voll zweideutig, ey. Och, Mann. Alle Leute aufgepasst, er findet sein Ding nicht mehr. Ey. Warum? Warum sagst du sowas? Gut. Ja, ich find's nicht mehr. Da war voll viel wertvolles Zeug drin, wie zum Beispiel Diamanten. Drei Äpfel. Und einen goldenen Apfel, ja? Diamanten! Diamanten! Wo? Diamanten. Ich wollte eigentlich mein Zeug finden, ich hab Diamanten gefunden. Bring ein paar mit. Ich hab' aber keine Eisenspitzhacke mehr. Gut, dann muss wohl... Sche... Eise... Scheiße! Was ist? Ich hab' ich hab' kein... Ich hab' keine Drohe, ich hab' kein Crafting-Table, um was zu craften. Boah, meine Fresse. Moment, ich... Weiß, wo eins steht. Wo das denn? Mein Träum? Nee. Ist es eine Fackel, oder ist es Lava? Und das ist Lava. Und ich muss trotzdem herunter. Wie macht man, ähm... Kann man einen Goldapfel? Einen Goldapfel. Ähm... Was? Einen Goldapfel. Ja. Äh, entweder mit Goldbarren, um... Um einen Apfel drumrum, oder mit Gold, äh, Nuggets. Also Goldnuggets oder Goldbarren. Okay. Und, ähm, ein Apfel. In der Mitte, ne? Ja. Ich würd's mit Barren machen. Doch, ist zu spät. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Passiert gar nichts. Was ist denn jetzt? Ich hab' außen herum Nuggets gemacht und in einen Apfel. Der ist aber schwer, ne? Was ist? Nix. Oh, meine Ohren tun schon weh von dem scheiß Headset. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Okay, lach mal. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ich hab' am letzten gelacht, das heißt, ich lach am besten. Ha, 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 ha. Das glaubst du, hm? Ne, ich glaub' es nicht nur, ich weiß es. Denn ich bin Just Film. Okay, ehrlich, hier ist, hier ist irgendwie ein kleiner Ladebuck, weil... Also, irgendwie spinnt der Server hier ein bisschen rum. Äh, ha. Ich hab' gerade fünf Eisen in den Ofen reingetan. Und jetzt hab' ich auf einmal noch zwei. Komisch. Ja, das ist der beste Server der Welt, ne? Ja. Obwohl ich... Und, ey, ne, ähm, hier verschwinden auch irgendwie, ähm, Baumansätze. Beziehungsweise ganze Bäume. Hä? Wieso das? Keine Ahnung. Hast du irgendwas am Server gemacht, dass er sich selber abbaut? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Warum macht er denn sowas? Wer böse ist. Warum ist er denn böse? Du hast ihn böse erzogen, oder was? Nö, jemand anderes böse spielt da drauf. Echt? Ja. Wer denn? Du. Ich was. Hätt' ich jetzt nicht gedacht. Bin grad fast in Lava reingefallen. Prima. So muss es sein. Und schon wieder. Hier war eben noch ein Block. Und hier... Der Baum baut sich von selber ab. Hast du es als Beweis in der Aufnahme? Ja, hab ich. Dann gucken wir doch mal danach. Hast du schon die ganzen Dias abgebaut? Nein. Ich weiß ja nicht mehr die Koordinaten. Das ist ja das Problem. Ey, komm da scheiße. Ich hab einfach drauf. Warte. Ähm, bei Teleport ist der erste Spieler dort, wo der zweite hinten teleportiert werden wollen, ne? Oder? Äh, also... Äh, wenn ich jetzt zu dir will, muss ich erst meinen Namen eingeben und dann deinen. Okay, dann... Warum? Schau dir das an. Was? Oh. Da, hier. Gleich. Hier der Baum. Gleich kommst. Welcher? Hier, der. Der. Ist aber normal, dass die Blätter sich abbauen. Ach so. Oh. Okay, das hab ich noch nicht gewusst. Weil das war so random irgendwie. Und ich mach mir hier Sorgen, ey. Deshalb warum man sich hier von selber abbaut. Weil echt, äh, sorry, so lang zuck ich manchmal auch nicht. Aber ein bisschen Erfahrung hab ich. Soll ich mal ja auch eigentlich nicht haben. Ja, nicht so. Der bohrt sich jetzt auch von selber ab, oder? Aber komisch ist, dass hier bei einem Baum ein Blatt übergeblieben ist. Ja, die bauen sich da nicht ab. Das sind solche, wo meistens Saplings drunter sind oder so. Oder drin. Wie viel Uhr ist das? Äh, wir haben noch 5 Minuten. Okay, dann beeile ich mich. Und, ähm, die Uhrzeit ist 2 vor 8. Oh. Okay. Also, ne. Jetzt gleich 1 vor 8. Dann mal schnell sputen. Ich glaub, ich bin vorher hier hochgerannt. Da, 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 da. Ey, das bringt voll Spaß mit dir aufzunehmen. Das muss man ehrlich zugeben. So, wir haben auch bald schon mal hier eine gerade Hausfläche. Ich kann gar nichts mehr kennen. Die Sonne scheint so hässlich rein. Ey, du hast doch gar keine Shader drin. Nein, in real life. Ach so. Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich hab die Kiste wieder, aber ich hab die Diamanten nicht mehr. Nein. Mist. Scheiß, Dreck. Das war mein erstes Diamanten. In diesem Feld. Egal. Zack, 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 zack. Los, schnell. Bäume abbauen. Möchtigste mitnehmen. So, jetzt komm, schnell zurück, weil ich hab hier, ähm, schon eine Fläche fürs Hausbauen gemacht. Moment, ich bin dem Gott, das ist wichtig, so eine ganz große Fläche. Ganz krass. So, ich brauch das hier nicht, aber ich brauch mein Bett. Ich brauch die Fuck Erde nicht, aber ich brauch das hier. Ähm, ich brauch das hier nicht, aber ich brauch das hier. Ich brauch, äh, irgendwas nicht. Aber du brauchst irgendwas. Da kann ich sowas mitnehmen und, ja. Warte, hab ich schon. Das ist, ähm, okay, ich hab jetzt schon ein bisschen viel Holz. Kannst du mich nochmal porten, du hast glaub bestimmt noch gespeichert, oder? Hä? Ich drück auf, auf T, also auf T, T. Ja. Und dann drück auf die, äh, Feldtaste nach oben. Hä? Wie jetzt? Ja, so, so oft auf die Feldtaste drücken, äh, bis wieder der Befehl kommt, wo du einen gegen ihn hast. Wie jetzt, hä? Du drückst T. Ja. Da kommt ja der Chat. Und dann drückst du die Feldtaste. Ach. Nach oben. Ach, da, das tut du. Zu mir willst, sag das doch einfach. Okay, gut. So, ich bin da. Wie lang noch? Zwei Minuten. Jetzt lass ich mal kurz einen Ansatz von einem Haus bauen. Mist. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, ich weiß was. Einfach bis hier bauen. Mist. 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 Mein Stack ist leer gegangen. Mist. Welche Farbe hat dein goldener Apfel? Ich hab noch gar keinen. Ach so. Ja, weil das ja nicht funktioniert hat. Wieso eigentlich nicht? Keine Ahnung. Also, ich hab halt ein Apfel in die Mitte gesetzt, ne? Ja. Und dann, äh, außen herum Goldnuggets. Ach so. Weiß nicht, ich probier's halt mal mit den anderen Dingen. Mit den Barren? Ja. Ja. Okay, wir werden ihn vielleicht noch versuchen. Wie lang noch, wie lang noch? Eine halbe, äh, ne, eine Viertelminute noch. Okay. Dann sagen wir doch Tschüss, oder? Aber nochmal hier kurz zu Ende bauen. Und hier kurz zubauen. Ich helfe dir auch. Ja, dann, du hier zubauen, okay? Warte, hier hast du noch Holz. Ich brauch kein Holz. Ich hab selbst noch, äh, zwei Stacks. Zwei. Aber vielen Dank für das Holz. Eins, zwei. Na gut, das heißt, ich hab noch mal hier kurz verwenden. Aber auf der anderen Seite. Falls du ein Holz hast, dafür. Ja, hast du, ne? Ja. Okay, das heißt, dann mal hier kurz den Part verenden. Okay. Aber, 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 sorry, das muss noch sein. Das ist einfach noch hier. Um nach oben zu bauen. Mach hier so, und dann hier so ein Panoramafenster. Das, äh, das Krumme da. Weiß nicht, wie ich mein. Ach, egal. Nee, egal. So, dann, ähm, hier noch zubauen. Nee, also der Boden dann aus, ähm, Holz für der Cobblestone. Holz. Okay. Kann man hier schon zubauen. Meine Kiste steht draußen. Kurz, schnell den Part beenden, ne? Okay. Warum hast du dir das nicht zugemacht, meine Fresse? Ich, ich hab dir das doch extra noch gesagt. Ich hab's nicht zugemacht. Ja, hier. Warum hat's dir das nicht zugemacht? Ach so. Hm. So gut. Dann war's jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss, und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.